Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dead by Daylight. Bau hier rababelt blablabla. Upsi. Ja, Upsi. Hallo. Rababelt mir einfach dazwischen, habt ihr das gemerkt? Ja, ich bin jetzt, das ist jetzt mein YouTube-Kanal. Ja. Oh, das ist der Clown. Ich geh ja noch, sag mal mal. Aber er verfolgt mich nicht. Ich find's unattraktisch. Ich geh mal in, ich hab mal im, diesen Laden, angedibbelt. Sehr gut. Damit, wenn er vorbeigeht, oh nö. Würdest du dich dran setzen, da ist Beweise nicht dabei. Du da auch, oder nicht? Nein. Na dann lass mich ran. Ja, dann geh doch nicht. Dankeschön, Bau. Ach, okay. In der Zwischenzeit, genau. Ich hab die ganzen Runden gedacht, wir haben jetzt beide Beweise dicht dabei. Nee, ich mach das echt gut. Hm, Totem Nummer 1. Streichel es, bis es kaputt geht. Das ist doch komisch, ne? Aber es sieht wirklich aus, als würde man ein Totem streicheln. Mein Schatz. Mein Schatz. Vielleicht ist das Totem ein Symbol dafür, wenn man etwas zu sehr liebt und es zu sehr festhält, dass es dann kaputt geht. Achso, ich mach schon mal das zweite Totem. Jetzt denken sie zu sehr, was da war das für eine Scheiße. Sie hat das echt gut gemacht. Ja, sie hat das super gemacht, ja. Oh. Aber sie, aber sie heilt sich jetzt nicht. Ist sie jetzt hauptwohnen? Ja. Mhm. Ich mach auch jetzt ein Totem. Die drei Schäden. Ach, deswegen wollte sie sich heilen. Weil sie halt dort im Keller... Ich auch nicht. Zum Traktor. Ich versuche mal, sie abzuhängen, weil... Das wäre natürlich nice. Ich kann sie ja direkt hochheilen. Okay, der Killer verfolgt den Detektiv. Oder ist das ein Detektiv? Keine Ahnung. Komm, ich heile dich direkt, Mäuschen. Mäuschen. Oh, ja. Okay, ich muss abhängen. Ja. Ich werde das nicht so hinkriegen wie sie. Warum hat er versucht, sich zu befreien? Ist das nicht, oder? Ja. Hm. Hm. Da liege ich. Kannst du mir schon mal entgegenlaufen? Guck mal, pass mal auf. Hm, pass auf, dass du nicht... Er kommt auch zu dir. Habe ich aber nicht gesehen. Aber er hat den anderen gesehen. Ja, jetzt kannst du... Komm, renn, renn, renn. Die andere ist hier im Haus. Und mach... Du hast ja... Habe ich ja? Ja, mach, mach, mach. Das ist ja ein fairer Killer. Da hinten ist ein Gent. Sollen wir den machen? Ja, den lauf mir hinterher, bitte. Weil der ist schon fast durch. Da, wo wir gerade waren, sollten wir vielleicht als nächstes hin, weil der war ziemlich weit. Oh, Mann. Also wir haben die beiden entweder, wir gehen zurück, oder wir machen den da hinten. Ja, wir gehen den, der in unserer Nähe ist, machen. Weil die Zeit für den Weg, ne, fahren wir uns. Hm. Die wird die Gent einfach machen. Ach, den meinst du? Okay, ich meinte, der an der anderen Seite. Aber okay, den... Oh, guck mal einen an. Kannst du schon mal das Ausgangstor? Ich, ich, ich... Gümel dir schon mal an. Oh, Mann. Vielleicht schaffen wir das. Also ich habe zwei Totos gemacht. Weiß nicht. Ich... Ich glaube, ich habe auch zwei gemacht. Warte, der Kille ist hier. Ich sollte auch machen, weil der sonst läuft. Kannst du ihn weg? Ja, ja. Da ist gar nicht. Ich bin gar nicht... In eurer Nähe. Ich werde es nicht schaffen. Aber okay, nöt ist es nicht. Das ist schon mal. Wo seid ihr denn? Wir sind am anderen Ausgang. Wird er einstecken, aber bis ich da bin... Ist euer Tor fast offen? Ist fast offen, ja. Also deren Gas Heaven ist auch fast offen. Okay. Ich heile ihn mal damit. Ja. Ne, falls der Kille kommt. Ich hatte halt absolut kein Killekontakt dieser Runde. Ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Ja, auf. Lies das gut an. Ah. Sehr schön. Ich seh sie halt nicht. Oh Gott. Was ist denn der Ausgang? Ist auch da hinten? Ne, da ist nicht... Nur hinter denen. Die sind ziemlich nah, die Ausgänge. Ich lasse mich jetzt schlagen und dann hebe ich sie ab. Okay, er ist bei mir. Du hast Zeit. Ich lebe der andere hinterher. Nein, das ist nicht gut. Ich bin mal gierig. Gier. Nein, nein, nein. Kannst du mich erst heilen? Achso, ja. Obwohl, vielleicht sollten wir hin und sie heilen. Oh nein, ey. Hier. Okay, dann geh du hin. Nein, ist schon zu... Oh, er lässt sich liegen. Lauf raus! Hier gibt es keinen Ausgang, Mann. Ich muss so rumlaufen. Aber sie kommt so raus. Ich glaube, er hat es mit Absicht gemacht. Nein, 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 nein. Sie halten mich halt fest. Oh, das ist geil, ey. Ja, aber jetzt ist es okay. Ich habe... Er hat sie angeschlitzt. Und ja, dadurch mussten sie loslassen. Nein. Krabbel zum Ausgang. Vielleicht lässt er dich ja entkommen. Nein, quatsch. Soll er mich entkommen lassen? Macht er wirklich? Ja, ich glaube auch, er hat sie entkommen lassen. Netter Killer. Fair gespielt. Super. Hat mir gefallen die Runde. Dankeschön, Killer. Okay. Okay. Alle so verwirrt, hä? Danke vielleicht. Hat er echt so gut gemacht. Was? Ja, das sind die Falschen. Schade, dass man seine Perks nicht sieht. Ja, das war's. Eine Runde von uns. Bis morgen denn. Und denkt dran, Baui ist voll egoistisch. Er versucht hier den Streams, den, 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 das Video zu manipulieren, indem er einfach dazwischen brabbelt am Anfang. Ja, 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 Baui, habe ich gemerkt. Merke ich mir. Bis dann. Und einen wunderschönen Tag euch noch. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss.